Lieber Chef, eine zündende Frage, die ich dir jetzt zum 75. Geburtstag einfach mal stellen möchte, ist, was kochen wir eigentlich heute Schönes? Lass uns doch mal ein schönes Gericht. Die Frage ist immer, was machen wir für ein Gericht? Also lieber Eckart, alles, alles Gute. Lass uns mal Schönes machen, mit Lamm zum Beispiel, so ein schönes Lamm-Paree. Also lieber Eckart, leider bist du nicht dabei, aber alles, alles Gute zum Geburtstag. Und nächstes Jahr musst du unbedingt dabei sein. Nächstes Jahr haben wir unser 20. Und dir alles Gute, bleib gesund von Herzen. Schau her, das Wetter wäre genau gewesen für dich. Und die Salzburger sind für mich die besten Skifahrer. Okay? Aus Tirol. Servus Eckart. Ich hoffe, du bist beim 20. Mal dabei. Es war immer so schön, dass du das erste Mal dabei warst. Was machen wir eigentlich? Was machen wir mit diesem Lamm-Paree? Ein schönes Waffen, ein schönes Gericht, ja. Bitte kommen! Das hat mich immer schon interessiert. Lieber Ecki, ich gratuliere, oder auch im Namen von der Steffi, ganz, ganz herzlich zu deinem 75. Geburtstag wünschen wir unter euch beiden. Alles Liebe und Gute. Und alles erdenklich Schöne für die Zukunft. Dein Bobby. Alles Gute zum Überzeugen. Sehr gerne. Race. Höllo. Herzog. Der booklet. Vielen Dank.